Wir befinden uns heute an der Limat beim Wasser, denn Wasser, das ist das Thema unserer heutigen Anlage. Und zwar kaufen wir Ahol, ein niederländisches Lebensmittelkonglomerat, hat sehr viele Warenhäuser. Wie bin ich auf diese Aktie gekommen? Ich habe wieder mal mein Portfolio analysiert. Und zwar habe ich zwei Zusatzfunktionen installiert, das sehen Sie hier unten bei den Tabs, die ich jetzt gerade einblende. Und zwar können wir neu nach Ländern und nach Branchen sortieren. Sie sehen, dass wir schon relativ gut divisifiziert sind, aber wir haben etwas nicht und das ist Real Estate. Deshalb kaufe ich Ahol, denn eine Kette von Lebensmittelunternehmen hat sehr viel Real Estate, also Immobilien. Wie bin ich auf Ahol gekommen? Ich habe den Obomat Aktienfilter verwendet und all diejenigen Unternehmen herausgefiltert, die diesem Kriterium entsprechen. Danach, als ich gesehen habe, dass Ahol ein sehr hohes Rating hat auf unseren Rating-Plattformen, habe ich noch gegoogelt und gesehen, es wird auch zum Kauf empfohlen. Die Webseite sieht gut aus und schlussendlich, ganz interessant, habe ich bei Glassdoor gesehen, dass die Mitarbeiter ausserst zufrieden sind. Und das finde ich wichtig. Ein Unternehmen sollte sicher sein, dass ihre Mitarbeiter zufrieden sind. Und sogar die letzte, schlechteste Bewertung ist immer noch eine positive Bewertung. So bin ich auf Ahol gekommen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim selber investieren.